Freunde, in Satisfactory sind mir so ein, zwei Sachen aufgefallen, die ich dachte, die kennt doch eigentlich jeder, aber dem scheint nicht so zu sein. Und zwar, wenn man viel mit Bauplänen arbeitet, gibt es einen mega Tipp, wie man noch schneller vorankommt. Wenn man den Demontage-Modus auf Bauplan ändert, was man mit der Taste R tut, und dann die mittlere Maustaste drückt, kann man diesen gesamten Bauplan kopieren. Nicht nur den einzelnen Gegenstand, sondern man kann wirklich gesamte Baupläne kopieren. Wenn man im Demontage-Modus die Taste G drückt, legt man einen Filter fest, und wenn man Steuerung gedrückt hält, kann man alle Plattformen markieren, aber man reißt sonst nichts weiter ab, sondern nur Plattformen. Wenn man die Taste X drückt, kann man ja immer ein Material aussuchen, zum Beispiel jetzt hier Carbon. Wusstet ihr, dass man mit rechter Maustaste und dann das, was man machen möchte, auswählt, dann standardgemäß in diesem Farbton arbeitet oder in dieser Ausführung.